Das hier ist der deutsche Schäferhund, eine der intelligentesten Hunderassen auf der Welt. Wusstest du, dass deutsche Schäferhunde ursprünglich als Arbeitshunde gezüchtet wurden, um Schafe zu hüten und zu schützen? Ihre Intelligenz, Loyalität und Trainierbarkeit haben sie jedoch ideal für eine Vielzahl von Aufgaben gemacht. Zum Beispiel, durch ihren ausgestatteten Bruchssinn werden sie oft als Spürhunde eingesetzt, um Drogen, Sprengstoffe und sogar medizinische Zustände zu erkennen. Deutsche Schäferhunde sind loyal und schützen ihre Familien. Sie müssen jedoch von jung auf sozialisiert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht übermäßig aggressiv gegenüber Fremden sind. Ein weiterer faszinierender Fakt über deutsche Schäferhunde ist, dass sie ein doppeltes Fell haben, dass sie in kalten Wetter isoliert und auch vor der Sonne schützt. Ihr Fell kommt auch in verschiedenen Farben vor, wie schwarz und weiß. Deutsche Schäferhunde sind von Natur aus athletisch und benötigen viel Bewegung, um gesund und glücklich zu bleiben. Deutsche Schäferhunde gehören zu den beliebtesten Hunderassen in Amerika und können bis zu 14 Jahre alt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017